150 Jahre TÜV Nord, 150 Jahre im Auftrag, Kunden, Menschen vor Gefahren durch Technik zu schützen. Diese Messe hier ist schon ein bisschen charakteristisch, auch für die Entwicklung innerhalb des TÜV Nord. Wir sind deutlich digitaler geworden, wir haben einen deutlich anderen Spirit. Wir kommen ursprünglich aus einer eher mechanisch-elektrotechnischen Welt. Mittlerweile greift doch die Digitalisierung flächendeckend um sich. Wir freuen uns zunächst mal unter diesem Motto Be Ahead of Risk auch in diesem Jahr wieder präsent zu sein und das Motto der Hannover Messe Industrie 4.0 Internet of Things aufgreifen zu können, um an ganz konkreten Beispielen zu demonstrieren, wie wir Risiken erkennen, wie wir Risiken vermeiden, wie wir sie minimieren. Ich bin begeistert, wie sich TÜV Nord entwickelt. Wir haben ja viele Dinge ins Leben gerufen über die letzten zwei, drei Jahre. Wir haben Digital Experts ausgebildet. Wir werden zunehmend ein digitaler TÜV werden mit digitalen Dienstleistungen. Und ich verspüre im Unternehmen eine regelrechte Aufbruchsstimmung, wo immer mehr Mitarbeitende einfach Lust haben, ihre eigene Arbeitsumgebung zu digitalisieren. Wir sind sehr stolz, dass wir den ersten SCEEDA in der Weltplattform haben, unser Plattform-Certifikat, um cyber-sicherbar zu sein. Wir möchten mit dem Partner mit TÜV Nord fortsetzen, um neue Zertifikat und neue Herausforderungen zu schaffen. Wir TÜV Nord sorgen dafür, dass der Kunde eigentlich heute schon seinerzeit voraus sein kann. Er kann sich sicher fühlen. Er kann mit unseren vielfach digitalen Lösungen effizienter arbeiten. Er kann schneller arbeiten. Und wir sorgen dafür, dass Zukunft heute bereits sicher ist. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich bitte lasse nicht! Das war's differenzial. Ich würde mich jetzt gerne machen, und zu schief, dass ich mich nicht selber sehr fühlen werde. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.